Bhagavad Gita Vers 2.28 Alle erschaffenen Wesen sind am Anfang unmanifestiert, in ihrem Zwischenzustand manifestiert und wieder unmanifestiert, wenn sie vernichtet sind. Warum sollte man also klagen? Erklärung Wenn man akzeptiert, dass es zwei Gruppen von Philosophen gibt, die einen, die an die Existenz der Seele glauben, und die anderen, die nicht an die Existenz der Seele glauben, so gibt es in beiden Fällen keinen Grund zur Klage. Diejenigen, die nicht an die Existenz der Seele glauben, werden von den Anhängen der vedischen Weisheit Atheisten genannt. Selbst wenn wir um der Beweisführung willen die atheistische Theorie akzeptieren, gibt es dennoch keinen Grund zur Klage. Vor der Schöpfung sind die materiellen Elemente unmanifestiert, weil sie mit der Seele nicht verbunden sind. Aus diesem feinen Zustand der Nicht-Manifestation entsteht Manifestation, ähnlich wie aus Äther Luft, aus Luft Feuer, aus Feuer Wasser und aus Wasser Erde entsteht. Aus der Erde gehen viele verschiedene Manifestationen hervor. Nehmen wir zum Beispiel einen Wolkenkratzer, der aus Erde manifestiert ist. Wenn er zerstört wird, geht er wieder in den unmanifestierten Zustand über und letztlich bleiben nur Atome übrig. Das Gesetz der Energieerhaltung bleibt bestehen. Nur sind die Dinge im Laufe der Zeit einmal manifestiert und ein anderes Mal unmanifestiert. Darin liegt der Unterschied. Welchen Grund gibt es also über den Zustand der Manifestation oder der Nicht-Manifestation zu klagen? Auf irgendeine Weise sind die Dinge selbst im unmanifestierten Zustand nicht verloren. Sowohl am Anfang als auch am Ende bleiben alle materiellen Elemente unmanifestiert und nur in ihrem Zwischenstadium sind sie manifestiert. Somit gibt es also auf der materiellen Ebene keinen wirklichen Unterschied. Wenn wir die vedische Feststellung akzeptieren, die im 18. Vers dieses Kapitels bestätigt wird, antavanta imedihaha, dass nämlich die materiellen Körper im Laufe der Zeit vergänglich sind, nityasyogdaha sharirinaha, dass aber die Seele ewig ist, dann sollten wir uns immer daran erinnern, dass der Körper wie ein Gewand ist. Und warum sollte man den Wechsel eines Kleidungsstückes beklagen? Der materielle Körper besitzt im Verhältnis zur ewigen Seele keine wirkliche Existenz. Er ist so etwas wie ein Traum. Im Traum glauben wir vielleicht, dass wir in der Luft fliegen oder als König auf einem Streitwagen sitzen. Doch wenn wir erwachen, sehen wir, dass wir weder fliegen noch auf einem Streitwagen sitzen. Die Veden fordern zur Selbstwirklichung auf, wobei sie davon ausgehen, dass der materielle Körper nicht existiert. Daher gibt es in keinem Fall, ob man an die Existenz der Seele glaubt oder ob man an die Existenz der Seele nicht glaubt, einen Grund, den Verlust des Körpers zu beklagen.